Jetzt weiß ich auch nicht. Karl Gustav, Joggerle, Seppl, Gabi, keine Ahnung, du. Es gibt ja Leute, habe ich im Internet gelesen, denen ist so langweilig. Die fangen entweder an zu spinnen oder gehen zu den Scientologen, oder geben ihren Lebensmitteln Namen. Diese Petra Gassen, das ist auch so eine, die hat ihrem Joghurtraub einen Namen gegeben. Weiß ich auch nicht. Hier, da kommt was auf mich zu. Das sind 13 Namen, die Tomaten. Oh mein Gott, was ist mir so langweilig. Vielleicht soll ich doch mal bei den Scientologen anrufen. Oder esoteriker werden. Übrigens, 2012, da geht ja die Welt unter. Muss ich schnell noch Schnitzel lesen, du.